Liebe Schwestern und Brüder, heute im Evangelium geht es um das Fundament. Jesus fragt uns ganz persönlich, auf welches Fundament hast du dein Lebensgebäude gebaut? Auf etwas Stabiles oder auf etwas Flüchtiges? Trägt dein Lebensfundament in Krisen oder hat sich in deinem Leben ein gefährlicher Hohlraum gebildet und irgendwann stürzt dein ganzes Lebensgebäude darin ein. Fels oder Sand? Wenn wir darüber nachdenken, was das Fundament ist, kann uns vielleicht der heilige Ignatius helfen, aber nicht der, den wir heute feiern, sondern Ignatius von Loyola. Denn der hat in seinem Exerzitienbuch ein erstes Kapitel mit Fundament überschrieben. Und da sagt er, das Fundament sind drei Dinge. Erstens Gott loben, zweitens ihm Ehrfurcht erweisen und drittens ihm dienen. Gott loben, Gott Ehrfurcht erweisen und Gott dienen setzt aber etwas voraus. Es setzt voraus, dass ich eine Erfahrung habe. Warum sollte ich Gott loben, wenn ich nicht erfahren habe, dass er mir Gutes tut? Warum sollte ich ihm dienen, ohne die Erfahrung, dass mir das gut tut? Diese Erfahrung gewinnen wir aber durch das Hören. Und darum geht es im Evangelium um das Fundament des Gehorsams. Gehorsam ist in der heutigen Zeit ziemlich out. Aber es hat zu tun mit dem Hören. Gehorsam besteht darin, dass ich höre, was ein anderer sagt, dass ich tue, was er möchte, weil ich zu ihm gehöre und er zu mir und weil wir uns lieben. Hören, zu jemandem gehören und gehorchen ist dasselbe. Wenn ich jemanden liebe und höre, was er sagt, werde ich tun, was er möchte. Und so schlägt Jesus uns vor, mit seinem Wort umzugehen. Das, was er uns im Evangelium sagt, zu hören und zu tun und ihm so zu gehorchen. Und jedes Mal, wenn wir das tun möchten, dann spüren wir, dass es da drei Schwierigkeiten gibt, dass wir drei Sperren überwinden müssen. Die erste Sperre ist, dass wir meinen, ja, was da im Evangelium steht. Zur Zeit Jesu war das ja möglich, aber heute, die Zeit ist anders, da geht das alles nicht. Die zweite Sperre ist der bange Gedanke, wenn ich das mache, was werden dann die anderen von mir denken? Und die dritte Sperre ist die schwierigste. Das ist einfach, dass ich keine Lust habe. Aber vergessen wir nicht, es geht um das Fundament. Es geht um eine Erfahrung. Wer gehorcht, wer das Wort hört und danach handelt, macht Erfahrungen. Und diese Erfahrung, dass Gott da ist, dass er mich trägt, diese Erfahrung ist nötig, um ihn zu loben, um ihm ehrfürchtig zu begegnen und um ihm zu dienen. So zu leben schafft uns ein stabiles Fundament. Und die Krise wird kommen. Der Lebenssturm wird kommen. Die Frage ist nur, ob wir dann stabil oder oberflächlich gelebt haben.